wieder mal sehr dunkel hier muss ich sagen und das sieht gefährlich aus ich hänge ich kann nicht mehr laufen ok ist eine kiste dahinter verbirgt sich ein gang oder auch nicht ja doch hier kann ich durch krabbeln nun krabbel wo bin ich da so oh gott ist er wacht ich versuche hier hoch zu sprinten ja man sieht nicht viel ich sehe allerdings selber auch nichts ach der verschränkt sein hey nämlich schwerter hoch hier ist ein hebel der hat seine schwerter vor seinem körper gekreuzt und damit ist er nicht verbundbar noch ein hebel eröffnet eine tür ist er eingefroren oh oh ich schätze er mag mich nicht er nimmt sofort wieder die schwerter hoch ich weiß nicht ob ich ihn so verletzen kann oh das wird ein harter kampf er nimmt sofort wieder die schwerter hoch wenn ich auf ihn ziele ok ist ein loch diese textur sehr hell das heißt es ist eine kiste das ist ein geheimnis und ich werde von pfeilen beschossen äh weg da oh gott überall fallen äh hat dieses monster hier ist eine etwas kleine anhörung ich schleunig es wieder raus hier es waren sogar giftfeile weiter kann ich den nicht schieben der wartet hier auf mich naja war hier irgendwo noch ein loch ich muss den besiegen ich kann ihn so nicht besiegen da kommen die hoch ja ja meine energie nimmt rapide ab ich krabbel zurück vielleicht hat der schalter ja hier was bewirkt nee irgendwie nicht hier 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 Ja. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich renne hier rein. Los jetzt. Ich will mich jetzt auch nicht zu lange an dem Ding hier aufhalten. Hallo. Geht es so? Das macht doch keinen Sinn. Doch, ich habe ihn erlegt. Ich höre immer noch einen Affen. Ach, hier ist sogar was. Und da ist auch das Äffchen. Na, was haben wir denn hier? Muss man erstmal locker umgucken. Vielleicht findet man hier ja was. So unter scheint Wasser zu sein. Hier ist auch noch eine Tür. Oh, hier war ja gerade noch ein Gang gewesen. Wo war er? Jetzt hat mir da vollkommen die Orientierung verloren. Hier ist es. Hier komme ich her, glaube ich. Dann habe ich doch hier gerade eine Tür gesehen. Ach, da hinten. Guck. Guck. Ich muss speichern. Anders geht's nicht. Also geht's nicht.